Jesus Christus! Wo ich dann die eine Stelle, ich glaube bei 4 Minuten und 20 war es, oder ab 4 Minuten und 20, ich meine zwischen 4, 20 und 5, 10, da gab es eine Stelle, wo ich gesagt habe, tja Leute, schade da, und dann auf einmal laut NEIN aufgeschrien habe vor Schreck. Und jetzt mit JA. Also das war der pure Ausgleich. Was soll ich jetzt als, ähm, wie soll ich das Video jetzt eigentlich benennen, Shocking Moments Part 3, da kann ich eigentlich gleich Let's Play, äh, Doom 3, ähm, Part 2 und so, und, Ah, ah, ah. Was? Wo? Da. Nieder mit dir. Genau, nachladen. Na ja. Da geht's. Ein wenig tief runter, ja, aber... Nein, 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 nein. Und woher kommst du? Oh, da geht's ja tief runter. Okay, was hattest du bei dir? Nichts. Natürlich. Warum auch? Aber hier... Und wenn ich da runterfliege, sterbe ich. Sollen wir es ausprobieren? Besser nicht. Ich nicht. Ich habe kein Interesse zu sterben. Obwohl ich mich eigentlich... Momentan... Was war das? Okay, so cool, da geht's. Tv Schuld, da ist doch nichts. Okay, das war anders. Okay, jetzt aber... Okay, los geht's kasih jetzt. Okay, ID hatte recht. Die Lache ist zwar geil, aber auch unheimlich zugleich. Boah, um Gottes Willen. Äh, nachladen? Jawohl. Was? Nee. Schluss jetzt mit dem Affenzirkus hier. Ich brauche Energie. Aha, da wird geschossen. Was? Der lebt immer noch? Ach da, okay. Ah, nein. Was? Wieso? Oh ja, genau, deswegen. Ich dachte gerade, warum lädt das Schwein noch? Puh, okay, Heilung geht. Warum habe ich nur Heilung bis 100? Warum kann ich sie nicht dauerhaft steigen? Bist du tot? Ja, du bist tot. Du bist eine tote Leiche. Wunderbar. Oh, ja. Ja, das sieht schon besser aus. Jetzt noch einmal Heilung und ich fühle mich hundertprozentig sicher. Okay, komm, ich schließe PTA. Schauen wir mal, User Data von Ben Wolf. Was? Unauthorized Bandwage Usage. Keine Ahnung. Offscreen höre ich das an. Was? Communication. Cabinetcode ist 246. Alles klar, das hört sich schon gut an. China and save. Will you save? Sicher. Sicher. Okay. Das schlafen hört sich böser an. Was zum... Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Plasma. ein bisschen spaß am muni umgehen und geschafft warum kommen die jetzt alle auf einmal warum warum ich sprecke in italiano da gibt es zu und dachte ich mir böse überraschung weg mit dir okay alles nachladen okay ist ist glaube ich kaum was hier nachladen was ja du fragst dann noch willkommen zurück herbert oh energie so was war das hier 246 einwandfrei einwandpfiffig hallo so herbert tu dein bestes herbert ich gebe die rückendeckung erlöse mich von dem bösen okay herr aber es kommt warum kommen die offenbar von hier nicht irgendwie endet das spiel in einem totalen krieg höhe wollt ihr den totalen krieg nein ich nicht oh ich sehe gerade ich bin über der zeit raus was ja ich bin echt total über der zeit raus sprich also ich was heule okay kein monster okay leute ich werde jetzt die folge beenden ich muss jetzt das erstmal richtig zusammenschneiden ich wollte ja nur zwei folgen machen ah 10 minuten ich bin allerdings schon drüber hinaus naja egal auf alle fälle sehen wir uns morgen wieder bei let's play doom 3 es verabschiedet sich mach ich mich für heute auf und dort tschö mitte schönen abend was weiß ich noch alles macht's gut teuer copy von von mit wo